Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger, wir haben es geschafft. Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und er enthält genau zu den Fragen Lösungen, die die Menschen im Moment am meisten umtreiben. Zum Beispiel, wie wird meine Versorgung im Alter gesichert, wie begrenzen wir die Zuwanderung, was verbessert sich für mich im Gesundheitssystem und wie kann jeder von der Digitalisierung profitieren. Ich freue mich, dass ich bei meinen Themen Umwelt und Energie sowie Mieten und Wohnen aktiv mitverhandelt und damit auch einen Beitrag zur Einigung über den gesamten Vertrag geleistet habe. Da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf. Das Thema Mieten und Wohnen war bis zuletzt strittig und es drohte sogar ein Scheitern an diesem Punkt. Es ist uns aber dann gelungen, einen guten Mix aus Förderung des Eigentumserwerbs und Anreize für Investoren zum Wohnungsbau auf der einen Seite und Schutz der Mieterinnen und Mieter auf der anderen Seite zu erreichen. Besonders freue ich mich, dass das Baukindergeld im Vertrag verankert wird. Das war für mich wirklich und ist für mich nach wie vor ein Herzensanliegen und ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Zum Thema Klimaschutz ist zu berichten, dass der Koalitionsvertrag ganz klar an den bestehenden Klimazielen festhält und vor allem mit Anreizen sowie einem guten Maßnahmenmix in allen Sektoren den Weg zur Erreichung dieser Ziele aufzeigt. Wichtig für unsere Region ist noch, dass sich einen Satz im Vertrag verankern konnte, nachdem die Einigung aus dem Jahr 2015, die beim Bau neuer Wechselstromleitungen eine Entlastung der Region um Grafenreinfeld vorsieht, dass diese Einigung weiter gilt. Darüber hinaus sieht der Vertrag vor, dass im Wechselstrombereich an neuralgischen Punkten, soweit technisch machbar, mehr Erdverkabelung ermöglicht werden soll. Das gibt uns da mehr Spielraum auch für die anderen Regionen. Beides ist ein wichtiger Erfolg. Mit dem Koalitionsvertrag haben wir jetzt einen Grundstein gelegt. Wir setzen darauf, dass die Verantwortlichen in der SPD ihre Basis davon überzeugen können, dass dieser Vertrag viel Gutes für die Menschen enthält und unser Land wirklich voranbringt.